Wir machen wieder ein paar Übungen zu Pythagoras. Es geht letzten Endes doch eigentlich immer wieder die gleiche Vorgehensweise. Man schreibt gegeben, man macht sich notfalls eine Skizze und sagt sich meinetwegen, ich habe hier ein A4 Blatt, bloß mal angenommen, schreibt da die Maße dran, 21 cm, 29,7 cm und kann das schon als gegeben nehmen. Wenn man jetzt noch vielleicht in einer anderen Farbe schnell mal eine Diagonale einmalt, weil die gesucht ist, dann heißt das, ich habe mit dieser kleinen grundsätzlichen Skizze eigentlich schon fast alles erreicht. Schreibe gesucht, ist D und lege dann los. Lösung ist nichts anderes als letztendlich eine Arbeitsskizze zu schaffen, die dann so aussähe, dass ich hier D habe, hier meine 21 cm, meine 29,7 cm und dann rechne. Also das Rechnen ist jetzt hier leicht, weil hier D ist die Hypotenuse. Das mache ich jetzt hier gar nicht, das lohnt sich nicht. Wie wichtig das ist, gegeben, gesucht und Lösung wirklich hinzuschreiben, werden wir an einer ganz anderen Aufgabe sehen und zwar an folgendem. Übrigens, hier muss irgendwas um die 36 cm Länge rauskommen. Also D war rund 36,36 cm ungefähr, wer das ausgerechnet hat. Viel schlimmer und viel bedeutsamer wird das an der Stelle. Wir hatten mal eine Aufgabe und da merkt man, wie wichtig das ist. Ein Graben wird gegraben und zwar ist der Graben 1,5 Meter tief und die Grabenflanken sind 4,30 Meter lang, also 4,3 Meter. Und die sind beide gleichartig, also 4,3 Meter ist die Grabenflanke lang. Jetzt kommt der Haken an der Sache. Ich male jetzt mal einen Hellblau rein. Gesucht war das hier. Also wie breit ist der Graben? B wie Grabenbreite. Und jetzt passiert nämlich folgendes. Gesucht ist also B. Wenn ich das so hinschreibe, ist das bis dahin gut. Jetzt kommt die typische Arbeitsskizze und da sieht man folgendes. Man macht sich hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier habe ich meine 4,3 Meter. Hier habe ich die 1,5 Meter Tiefe, Graben Tiefe. Hier habe ich den rechten Winkel. Immer den rechten Winkel reinmalen. Aber Achtung, was wird jetzt hier für eine Länge entstehen? Genau, B halbe. Das heißt, was ich hier errechne und dann stolz präsentiere und sage, ja, hurra, das ist die Lösung. Das ist nicht das. Also muss ich hier auch das Richtige hinschreiben. Ich muss hier hinschreiben, die Hälfte davon, von dem eigentlichen B. Das ist das, was hier entsteht bei der Rechnung. Das ist eigentlich der Trick bei dieser Aufgabe gewesen. Also, ich will sagen, wenn ich jetzt losrechne, dann rechne ich B halbe aus. Und dann kann ich ruhig sagen, Hypotenuse 4,3 Meter zum Quadrat. Also in Klammern zum Quadrat. Minus 1,5 mal 1,5 ist 2,25 Quadratmeter. Vorsichtig. Ja, habe ich schon ausmultipliziert. Und daraus überall in die Wurzel. Ich mache das jetzt mal ganz schnell. Mir geht es ums Prinzip, kleinen Moment. Das ist B halbe. Dann müsste man, wenn man das so korrekt hinschreibt, hier ausrechnen und man da was rausbekommt, weiß man immer noch, dass es nicht das B ist. Und spätestens im Antwortsatz merkt man, dass das noch nicht die Grabenbreite ist. Hier gibt es Fragen, kleinen Moment. Also, das erste war mein Fehler. Ich habe hier Kubik hingeschrieben. Ich habe hier so schnell hingeschmiert. Stimmt. Hier muss der Quadrat ran. Richtig. Weiter. Nächste Frage. Gleich nochmal. Jetzt kam die Frage. Ich habe das aber ein bisschen anders gemacht. Ich habe das erstmal hier, das habe ich bloß B genannt und habe es dann hinterher nochmal zweigenommen. Einverstanden. Wenn ich es ganz korrekt mache und ich wirklich keinen Fehler machen will, schreibe ich es so hin. Dann kann nichts mehr passieren. Ich darf es bloß nicht vergessen. Das ist dann immer das Schlimme. Und spätestens nochmal im Antwortsatz guckt man sich sein Ergebnis an. Worauf bezieht denn sich das? Auch so kann man sich dabei helfen und sagt dann, okay, jetzt habe ich hier was rausgekriegt. Halt, das ist doch gar nicht mein richtiger breiter Rahmen. Denn das war ja gesucht. Gut, deswegen ist das gegeben gesucht Lösungsverfahren so wichtig. Gut, jetzt tippen wir nochmal ganz schnell ein, was dabei rauskam. Jetzt habe ich hier rausgekriegt 4, also durch Tippen 4,03, nachdem ich zusammengerechnet und gewurzelt habe. Moment, nicht, da ich mich vertippt habe. So, und dann, ja, ja, es war richtig getippt. Dann habe ich hier 4,03 Meter. Achtung, ist gleich B halbe. Und wenn ich jetzt sage, halt, ich will ja mein B, dann nehme ich den Mist mal 2, habe 8,06 Meter heraus und das ist mein echtes B. Ohne, dass ich hinterher noch große Verrenkungen machen muss, habe ich es, wenn ich korrekt anfange, auch hinterher keine Mühe des Mathematisch zur Klären. Gut, gibt es bis dahin noch irgendwelche Fragen? Jetzt mal eine Aufgabe zum puren Denken. Wir kennen doch alle folgendes Prinzip und zwar, da steht doch mitten auf so einem steilen Berg oder vor einem steilen Berg steht da ein Verkehrsschild und da ist was aufgemalt. Und da steht drauf, meinetwegen 10% oder weiß der Kuckuck was. Wir nehmen mal an, wir hätten hier einen richtig knallharten Berg von 15%. Steht da drauf. Nebenbei, wenn das in die Richtung zeigt, ist es Anstieg, zeigt es in die Richtung, wer es Gefälle. Gut, das bloß nebenbei. Und wenn wir das haben, jetzt kommt eine richtige Überlegungsaufgabe. Also, dann fahren wir am Anfang eines Berges, fahren wir den Berg also hoch und wir gucken auf den Tacho und sagen, nee, wir gucken mal nicht auf den Tacho, sondern wir gucken auf die Karte und sagen, jetzt bin ich hochgefahren und habe eine Höhe von 50 Metern gewonnen. Ich bin 50 Meter laut Karte höher als vor dem Berg, bevor ich losgefahren bin, da wo das Schild stand. Also, das weiß ich und jetzt kommt die große Frage, tja, wie lang war die Straße? Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen diskutieren und überlegen, wie wir an die Sache rangehen. Ich erinnere, ach nee, vielleicht weiß es ja jemand. Also, wir sind der Sache schon relativ nah, 15% bedeutet erstmal, grundsätzlich, unabhängig von dem konkreten Beispiel hier erstmal, aber das bedeutet folgendes, ich habe, ich übertreibe das jetzt, sonst müsste ich hier ein ganz kleines, äh, spitzes Dreieckchen malen, ich habe 15 Meter gewonnen, wenn ich eine horizontale Entfernung von 100 Metern zurückgelegt habe, das heißt 15 Hundertstel. Das hier bedeutet 15%. 15% Steigung oder Gefälle, wenn es andersrum ist. Darum geht es. So, das heißt also, wir hätten hier ein Dreieck, das hätten wir schon mal. Oh, ja, ich nehme an, hier oben wären 15 Meter, so. Da muss ich ihn nochmal rumfummeln. Das hätten wir grundsätzlich, aber wie passt das jetzt rein? Wir sind einen Berg mit dieser Steigung gefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müsst ihr kombinieren. Malt mal, auch zu Hause, ich drücke jetzt Pause, malt mal hier irgendwie das konkrete Dreieck so rein, dass das einigermaßen passt. Oder malt das eine in das andere, mal sehen. Wunderbar, es kamen zwei Vorschläge. Hier ist der eine Vorschlag, warte mal, machen wir so. Hier ist der eine Vorschlag, Dreiecke sind einander ähnlich. Welches Dreieck jetzt in welches passt, das müsst ihr selber entscheiden. Oder ich nehme dieses kleinere Dreieck und schiebe das mit der Spitze nach vorne und dann sieht das so aus. Das waren zwei unterschiedliche Vorschläge von Schülern hier. Jetzt macht mal aus dieser Figur oder dieser, mir ist es eigentlich egal, ich persönlich würde die blaue nehmen. Macht mal da was draus und schreibt mal die entsprechenden richtigen Meter rein. Mal sehen, ob wir dann weiterkommen. Prima, jetzt haben wir zusammengestellt in diesem großen Dreieck. Ich zeige es nochmal, das große, das ist also das äußere. Das mache ich mal grün unterlegt, das äußere ist dieses. Demzufolge haben wir hier insgesamt eine Länge, wir haben sie Q schon genannt. Dazu gehört zu dem großen L-Gesamt. Haben alles die Schülle ermittelt. L-Gesamt wäre dann die lange Strecke. Und jetzt haben wir ein kleines Dreieck. Ich mache das mal orange. Das hat L1, das hat 100 Meter. Und das hat 15 Meter als Längen. Und das liegt hier drin. Das müsste man eigentlich ganz schick erkennen können. So. Das kleine ist das mit unseren 15 Prozent hier, dieses 15 Prozent Dreieck. Das hat aber auch einen rechten Winkel. So, die Dinger, die sind einander ähnlich. Denn die 15 Prozent Steigung, die behandeln sich über die gesamte Strecke. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Denn jetzt müssen wir ein bisschen überlegen. Hier haben wir 50 Meter. Q hätten wir auch. Und L-Gesamt, die sind beide unbekannt. Die Größe und die Größe sind noch unbekannt. Wie kommen wir hier auf die entsprechenden Größenverhältnisse? Jetzt bin ich ganz gespannt. Wir sind also jetzt am Überlegen. Wir brauchen eine Gleichung, die wir aufstellen können. Von orange zu grün. Vom kleinen auf das größere schließen lassen. Der Anstieg ist überall gleich. Wir können es auch über eine Funktionsgleichung machen. Das ginge auch. Dass ich sage, ich hätte hier ein Koordinatensystem drin liegen. Hier hätte ich die Höhe. Und hier hinten wäre die Weite oder die Strecke. Das ginge auch. Allerdings geht es auch einfacher. Wenn man das weiß, dass das immer mit gleichem Anstieg läuft, kann man hier entsprechende Verhältnisse bilden. Gut, jetzt haben wir einen folgenden Ansatz. L1 haben wir ausgerechnet. Pythagore ist ausgerechnet. L1 Quadrat ist gleich 100 Meter zum Quadrat plus 15 Meter in Klammern zum Quadrat. Und dann entsprechend. Und wie viel? 101,1? 101,1 Meter haben wir rausgekriegt. Das ist klar. Bei der flachen Steigung kann hier nicht viel passieren. Das wird nicht viel länger werden. Das sieht jetzt hier drastisch länger aus. Und dann. So, ein Vorschlag war jetzt erstmal das so zu machen. Und dann kommen wir zu dem Koordinatenvorschlag. Und zu L1 sagen wir jetzt in diesem Fall mal schnell 101,1 Meter. Und schreiben die da hin. Und dann plötzlich kommt nämlich was Vernünftiges raus. Wenn ich hier mal 101,1 Meter, 101,1 Meter nehme und das dann austippe, dann komme ich hier auf L-Gesamt von rund 303 Meter. Einverstanden? 303,3, ne? Wieso werden 101 mal? Ja, 333 sollen es werden? Da bin ich mal gespannt. Jawohl, doch. Ich habe mich vertippt. 337 Meter. Jetzt sieht das alles geschmiert aus. Das war die eine Variante. Das mache ich über Verhältnisse. Jetzt kommt die zweite Variante. Die machen wir hier in blau. So, na gut, ich gebe mal eine Stütze. H von S ist gleich. Jetzt Steigungsdreieck. Wenn ich nach rechts gehe, das kommt unten drunter, unter dem Bruchstrich. Und was ich dabei gewinne, die 15 Meter kommt oben drüber. Jetzt habe ich meine Steigung. Mal und jetzt S. Und da ich hier im Nullpunkt anfange, sage ich, plus Null und das kann ich mir schenken. Und jetzt kann ich auch H von hier entsprechend ausrechnen. Jetzt bin ich nämlich bei 50 Metern und kann das entsprechend umstellen und nach daraus. Wäre eine schöne Aufgabe. Also 50 Meter ergibt 15 Hundertstel. Die Meter kann man kürzen, ne? Mal S, umstellen und fertig. Dann kommt man nämlich auch dahin. Gut, ich schließe das Video an der Stelle ab.